Und sie bewegt sich doch, das ist ein sehr bekanntes Zitat, auf das wir heute sehr börsenbezogen eingehen wollen. Die Börse, die Kurse, sie bewegen sich doch auch in Amerika und das, obwohl wir heute, wir sehen mal auf den Blick hier nach Amerika und zwar Nordamerika, sowohl in den United States als auch in Kanada, ist heute Labor Day und dementsprechend, naja, haben wir sicherlich sehr dünnes Volumen in den Indizes bzw. in den Index Future, muss man genauer gesagt sagen. Die Indizes per se werden sich nicht bewegen, aber eben die Futures, ein bisschen feiertaglichen Handel gibt es da doch. Aber bevor wir auf die Amerikaner gucken, schauen wir uns erstmal an, was der DAX heute geleistet hat und ich will mal auf das Kürzerfristige eingehen, denn das finde ich eigentlich ganz spannend. Wir werden uns das gleich nochmal angucken in Amerika, ob das passend ist, ob das einheitlich ist. Guckt euch mal hier so die letzte starke Bewegung an hier beim DAX Future und dann seht ihr, dass wir hier vom freitaglichen Schlusskurs hoch des Index sehr deutlich runtergekommen sind. Ich seppe mal ganz kurz rüber zum Index, da seht ihr, dass wir ein ganz großes Gap haben. Ich weiß, einige freuen sich schon und sagen, Gaps werden doch häufig geschlossen. Ja, möglich ist da schon. Die Frage ist, ob das jetzt sofort passiert, aber wir haben damit eine sehr starke Abwärtsbewegung, denn wir wissen, Gaps sind die schnellste, die stärkste Form einer Bewegung und dementsprechend auf jeden Fall einen Impuls wert. So, und wenn wir uns jetzt die Aufwärtsbewegung angucken, hier beim Index mutet sie so ein bisschen dreiwellig an. Ihr erinnert euch, ich bin noch ganz häufig, so auf dem Trichter, scharfe Bewegung, dreiwellig in die andere. Also jetzt short. Vorsichtig, jetzt im Moment noch nicht, denn an diesem Zeitpunkt muss es noch nicht dreiwellig sein. Ist ja möglich, dass der Kurs sogar weiterläuft und vielleicht sogar irgendwie sowas nachher noch macht. Ja, dann wäre es eben genau nicht dreiwellig. Aber es gibt natürlich ein anderes Szenario, dass der Kurs nach unten geht. Ja, wann erkenne ich denn, dass das eine oder das andere ist? Blöderweise an der Stelle aus meiner Sicht nicht. Aber wenn wir das letzte Zwischentief hier durchstoßen, wäre das ein guter Hinweis, dass wir hier nochmal Raum nach unten hätten. Also ihr seht, dass in etwa beim Index, wir gucken es gleich beim Future nochmal, bei 12.690 beim Index, so in etwa die Tiefs, die wir am heutigen frühen Nachmittag hatten, eine realistische Chance ist, dass das ein Trigger ist für eine fortgesetzte Bewegung nach unten. So, jetzt kommen wir zurück zum DAX Future. Schau, da sieht das Bild ein bisschen anders aus von der Tiefmarke, wie dreiwellig. Ist doch gar nicht dreiwellig der Anstieg. Ja, folgen wir ihm mal mit dem Finger nach. Also wir sind hoch, wir sind runter, wir sind hoch, wir sind runter und jetzt wieder hoch. Und ihr seht schon, dieses Tief ist niedriger als das. Und das ist etwas, was ich ja häufig sage, dieses Entweder ist eine Korrektur dreiwellig. Oder sie ist, naja, fachlich vielleicht nicht so schön ausgedruckt, wackelig. Oder eben mit Kursüberschneidungen. Kursüberschneidungen in der Aufwärtsbewegung. Die Gegenbewegungen, die ich hier blau eingezeichnet habe, überlappen sich oder überschneiden sich. Und das ist ebenfalls ein korrektives Bild. Was ich mir jetzt eigentlich wünschen würde, hier nochmal ein klein bisschen höher gehen. Und anschließend wäre das hier eine wunderbare Triggermarke für nochmal eine schnelle Bewegung nach unten. Ebenfalls hier, der Future läuft ja bald aus, deshalb ist Index und Future nicht mehr so groß unterschiedlich. 12.685 in etwa die Marke, die mir hier im Sinne schwebt für diese Überlegung. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wie sieht es denn in Amerika aus? Ist das deckungsgleich? Es ist vielleicht nicht 100% gleich, aber auch hier sehen, wir gucken uns mal den Dow Jones an, dass wir eine sehr starke Abwärtsbewegung haben. Und wir sehen, dass wir, ja sicherlich auch feiertagsbedingt, aber eben eine nicht so starke Bewegung in diese Richtung haben. Also nach oben geht das, jawohl. Aber es ist eben auch eine mit vielen, 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 vielen Kursüberschneidungen. Und dementsprechend wären so die Zwischentiefs möglicherweise gute Einstiegsmethoden, um hier reinzukommen. Also eigentlich, da müssen wir jetzt ein bisschen hardcore mal gehen. Ja, wie machst du das mit den Zwischentiefs? Guck, was ist die höchste Bewegung? Da war der höchste Punkt. Was war der zweithöchste Punkt? Das war der zweithöchste Punkt. Was ist das Tief dazwischen? Das ist der Tiefpunkt zwischen diesen beiden Hochs. Wer jetzt sagt, hier war doch auch ein Hoch, ich habe es niedriger als das. Also wenn ich jetzt sage, steigende Hochs, das war das letzte Hoch, das war das vorletzte Hoch und hier wäre sozusagen mein Trigger. Ist das ein guter Einstieg für die Short-Seite? Wenn ich ehrlich bin, ich würde mir was anderes wünschen. Ich sage euch auch warum. Denn seit diesem Hochpunkt hier müsste ja dann, wenn das wirklich jetzt hier die Abwärtsbewegung ist, eine Bewegung ähnlich wie diese hier erfolgen. Aber wenn ich mir diese Bewegung angucke jetzt, das ist nicht ähnlich wie die. Das heißt, wenn ich mir was wünschen darf, mache noch mal ein neues Hoch und dann drehe nach unten. Das hätte nämlich dann den Effekt, das letzte Hoch wäre dann hier, das vorletzte Hoch wäre dann hier und der Trigger für die Abwärtsseite wäre dann der tiefste Punkt dazwischen, wäre dieser hier. Und wer jetzt sagt, Mensch Rüdiger, ich wäre jetzt auf eine ganz andere Idee gekommen, ich hätte hier meinen Trigger gesucht. Ihr seht, das ist jetzt kein Riesenunterschied. Das heißt, das kann man sicherlich auch machen. Klar, das Ergebnis kann unterschiedlich sein, dass man vielleicht gerade noch bei dem einen, aber dann nicht mehr bei dem anderen. Aber auf Sicht gesehen sind beides ziemlich deutliche Zeichen, dass der Kurs dann nach unten will. Also ihr seht, ich habe eine ganz gute realistische Chance bei 31.325 in etwa für die Short-Seite. Aber damit ich da richtig glücklich bin, ich möchte vorher, dass wir noch mal das letzte Hoch, was wir ja hatten heute morgen 9 Uhr, bei ungefähr, was war es, 31.470 in etwa, dass wir das noch mal überschreiten, damit wir diesen Wechsel haben zum neuen höchsten Punkt. Wo der dann auch immer liegt, kann ja sein, dass er noch höher liegt. Aber ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn der so ungefähr in diesem Bereich hier liegt und manch einer, der mit Fibos arbeitet, kommt vielleicht auch noch auf die Idee, hier irgendwie Fibonacci einzuzeichnen und sagt sich, was malst du immer? Da soll der Kurs reingehen. Ja, das würde doch wunderbar passen, dass wir zumindest mal noch diese Unterseite da erreichen. Also ihr seht, im Moment bin ich eher dann noch auf der Warteschleife. Ihr seht, das ist beim S&P 500 nicht großartig anders. Die Seite ist super, die Seite gefällt mir auch sehr gut, weil sie eben korrektiv ist. Auch hier würde ich mir idealerweise wünschen, dass wir noch mal ein bisschen höher gehen. Auch hier ganz kurzer Blick mal auf die Idee mit den Fibonaccis, höchster Punkt, tiefster Punkt. Da sollte er hier sowieso immer gerne rein. Er muss das nicht. Aber das ist von der Höhe eigentlich dann so dieses typische für eine Korrektur. Also vielleicht noch 3950, wenn ich mir was wünschen darf. Und anschließend soll er sehr, sehr gerne nach unten weggehen. Dann wäre das das letzte Zwischentief, wenn er dann hier das neue hoch hat, das letzte hoch hier das Tief dazwischen. Dann wäre etwas unter der 3920 der Trigger für die Short-Seite. Und das ist natürlich beim Nasdaq nicht groß anders. Ich denke mal, ihr seht das. Ich mache es noch mal einmal in groß, damit sich das Auge daran gewöhnt. Scharfe Bewegung, dreiwellige Korrektur, zweite Welle, nächste Bewegung, dann wieder eine Korrektur und die fünfte Welle. Und aktuell sind wir jetzt in dieser Korrekturphase. Bitte noch mal einmal ein bisschen höher und danach die Abwärtsseite bei den Zwischentiefs. Das ist hier ziemlich niedrig. Das gefiel mir beim S&P 500 besser. Aber ich sag mal, der Tenor der Aussage ist der gleiche. Vorsichtig, ich sage nicht, der dreht da auf jeden Fall, weil dann könnte ich ja oben schon Short gehen, sondern ich sage, wir haben eine Chance für den Dreh. Aber wir haben eine klare Trigger-Ansage. Also Trigger noch mal für die, die das nicht so auf dem Plan haben. Trigger ist die Stelle, wo ich sage, ja, da kannst du jetzt machen. Mach mal ruhig. Also das ist jetzt keine Empfehlung, das müsst ihr, aber für uns ist das so der sanfte Tritt in den Popo im Sinne von, mach auch, sonst kommst du gar nicht mehr rein. Aber es ist ja auch ein Hinweis, dass dann eben diese Korrektur nach oben, die wir jetzt hier angedeutet haben, vorbei ist. So ansonsten kann ich nur sagen, vorsichtig heute dünnes Volumen an vielen, vielen Märkten. Denn nicht nur in Amerika sind natürlich viele Händler nicht da. Auch Händler in anderen Teilen der Welt sagen, naja, gut, wenn die Amerikaner nicht so richtig dabei sind, machen wir hier auch eher mal mit halber Lunge, ein bisschen zurückhaltender. Es kann also sein, dass die Marktbewegungen etwas, wie man sagt, erratischer, etwas fehlerhafter sind. Halte das so ein bisschen im Hinterkopf. Grundsätzlich sollte das Prinzip aber auch funktionieren, denn ihr seht, wann immer wir irgendwo eine starke Bewegung haben und anschließend eine schwache Bewegung, setzt sich die starke Bewegung eben sehr, sehr gerne noch mal fort. In diesem Sinne euch jetzt heute erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.